Damals war ich zehn Jahre alt und der wertvollste Gegenstand, den ich besaß, war mein Silberkoffer. Ein kleiner Blechkoffer, der bei seiner Hantierung Geräusche einer leeren, über ein Kopfsteinpflaster rollenden Keksdose machte. Meine Mutter hatte mir dieses Gepäckstück für meine erste Reise nach Indien geschenkt. Sein Besitz erfüllte mich mit Stolz. Ein Blick auf den Koffer genügte, um die Freude in mir wachzurufen, für drei Wochen eine Stadt hinter mir zu lassen, die schön zu finden menschlich unmöglich sein musste. Die mit ihren aus der Erde schießenden Glastürmen und grauen Wohnblocks die Aussicht auf den Himmel verengte und dem Spaziergänger die Luft zum Atmen nahm. Ein Ort, an dem sich jeder vernünftige Mensch weigern musste, einmal begraben zu werden. Wenn der Geist, woran ich fest glaube, die Materie beeinflusst, sie formt und prägt, so waren die sich pestartig vermehrenden Glastürme in Frankfurt Ausdruck eines von mir als feindlich empfundenen Geistes. Diese Stadt konnte einem Kind nicht gefallen, das sich danach sehnte, auf seinen Wegen durch Straßen und Parks, Pferden und Eseln, Gauklern und Sängern zu begegnen, das davon träumte, auf seinem Gang zur Schule, an Quellen und Bächen, an einer Mühle, einem Adlerhorst vorbeizukommen, an Feldern und Wiesen, aus denen es wehte und zirrte. Während mich in Neu-Delhi mein zweiter Stiefvater erwartete, der behauptete, von König David abzustammen und in seiner ganzen Erscheinung an einen austro-ungarischen, in die Tropen ausgewanderten Oberst erinnerte, ließ ich meine Mutter in Frankfurt mit einem blauen Auge zurück, ihr von meinem ersten Stiefvater als Kudegras verpasst. Dieses blaue Auge hatte ihr eine Warnung sein sollen, mich doch auf die Idee zu verfallen, in jenem Mann nach Indien nachzureisen, der von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Korrespondent dorthin entsandt worden war. Mein erster Stiefvater kannte das Leben damals noch zu wenig, um zu wissen, dass für eine Frau wie meine Mutter die Tatsache, einen zweiten Mann in petto zu haben, die Grundlage vernünftiger Heiratspolitik war. So reiste ich, als Mittleren gesandt, zu den betuchten Kandidaten in die Tropen, um dringende Botschaften weiterzugeben und geschwächte Hoffnungen zu stärken. Gogol, mein Stoffbär, begleitete mich. Mir imponierten zwar das blaue Auge im Gesicht meiner Mutter und die Boxkünste meines ersten Stiefvaters, der in Wahrheit mit dem Wesen der Boxkunst so wenig vertraut war wie ein Maasai mit der Psychoanalyse, doch wurde dadurch meine Freude auf die Reise nicht im Geringsten gemindert. Gewiss stimmte mich die Vorstellung, traurig für drei Wochen meine blauäugige Mutter verlassen zu müssen, doch erlitt ich deswegen noch lange kein Trauma, wie es meine psychologiekundigen Verwandten erhofften. Die Begeisterung, mich mit meinem Silberkoffer in den indischen Subkontinent aufzumachen, überwog den Schmerz. Ja, ich war glücklich, die Wohnung an der Eschesheimer Landstraße zu verlassen, wo das Steueramt gerade die Tür zum Arbeitszimmer meines ersten Stiefvaters mit einem Kuckuck versehen hatte, der hinter ihr sein einziger pfändbarer Besitz, der in tausenden von Büchern bestand, aufbewahrt lag. Ich war von Dankbarkeit erfüllt, eine Zeit lang nicht mehr das Klopfen der Wohnungsvermieterin Frau Krokosch an unserer Tür zu fürchten, die sich stets in der Illusion wiegte, die verjährten Mieten aus der Hand meines Stiefvaters einholen zu können.